ja hallo liebe sigma freunde diesmal sende ich euch ganz liebe grüße aus wistler in kanada momentan scheint die sonne nach langer zeit endlich mal wieder es ist einfach traumhaft und herrlich hier und während ihr euch jetzt am besten einmal den rückblick meiner vergangenen tage anschaut mache ich mich auf die suche nach neuen spannenden fotomotiven bis bald euer sigma world scout mario ich stehe hier gerade auf dem kanada place und im hintergrund seht ihr normalerweise die schneebedeckten berge im moment leider etwas wohl überhangen aber ich gebe die hoffnung nicht auf dass sich das wetter noch mal von seiner schönen seite zeigen wird ja ich befinde mich hier in vancouver auf einem deutschen weihnachtsmarkt das ist hier seit ein zwei jahren voll der renner deutscher weihnachtsmarkt in kanada damit ich ja auch ein bisschen weihnachtliche gefühle bekommen habe ich mir jetzt gerade mal so eine feuerzangenwohle gegönnt und sitze hier ganz gemütlich bei minus gefühlten 5 grad vor einem weihnachtsbaum auf dem der weihnachtsmarkt steht weg zu werden Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt nach neuen Fotomotiven Wie ihr gesehen habt, bin ich jetzt in Kanada wieder angekommen. Ich bin hier im Moment am... Da ich euch momentan nicht besonders viel anderes zu bieten habe, versuche ich es heute mal mit der Treppe. Bis bald! Morgen geht's weiter. Das war's.